Für mich hat ein Programm Code etwas Lyrisches oder Literarisches. Seine Schönheit liegt in der Form, in der klaren Abfolge von Gedankengängen. Einen guten Programm Code kann man direkt lesen, auch ohne Kommentare. Er erklärt sich selbst, man erkennt seine Eleganz. Unser Ziel ist ein klarer und zugleich eleganter Code, der nicht auf Programmiertricks setzt und keine Versprechungen macht, die er später nicht halten kann. Unmengen von wartungsaufwendigem Code können wir im Linux-Kernel nicht gebrauchen. Ein Programm-Code muss funktionieren. Wir wollen nicht ewig daran herumfummeln. Ein Programm-Code muss funktionieren.